Hallo ihr Banausen, wir spielen wieder Garrys Mord TTT. Das spiele ich mit Black Soul. Servus. Dann haben wir noch den Bad Boy dabei. Ja hallo. Dann haben wir den Ken Karnicki das erste mal dabei. Hallo. Dann haben wir auch den Bladdick. Hi. Und die Fräulein Yata Garasu. Ah, ist euch auch so warm. Ist euch auch so warm. Ja, und meine eine Arter. Der hat Fräulein gesagt. Der bestimmt wie der Traitor ist. Ja, mhm. Der blaue Traitor, genau. Gibt es ja auch Waffen oder so? Ich meine den Arter, nicht den Yata. Yata ist Detektiv Willkür. Ja, ja. Und ich meine dich als Traitor. Detektiv Willkür? Ach, nö. Er ist schon wieder auf mich abgesehen. Lass mich in Ruhe, du mordlustiger Detektiv. Ich muss ja erst mal ein bisschen züchtigen, oder was? Ihr dürft mich nicht töten. Ich stehe zwischen Blumen. Ist ein Diegel-Hedgered-One-Head? Ist der das? Ist ein Diegel-Hedgered-One-Head? Nein. Er kommt aus der Interno ran. Äh, doch. Genau, bis schon. Wieso fragst du? Ach, nö so. Hm. Ah, gerade in meiner Nähe. Loll. Soll ich fies sein? Was lacht ihr alle? Haha, einfach so. Was hat das? Ah, ha, ha. Black soul. Nein. Boah, ganz erschreckt mich halt. Warte mal ... Ich weiß eh, wer die feinen Traitor sind. Ken! Das ist ne Lüge. Ey, wer denn sonst? Ich bin die Traitor. Ja, du bist Traitor. Falls ich. Oh man. Da hättest du mal nebenbleiben können, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Dennis, wo kämpfst du denn? Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Oh, warte mal, oh Mensch. Ja, ein Tegel-Headshot killt auf den ersten Schuss, ich hab's bei Atta ausprobiert. Ich hab's auch probiert, das hat nicht geklappt, ja? Das Geilste, Atta dreht sich zu mir um, Pau, liegt er da. Ich hab keine Sache, aber das Geilste ist, man kommt da alle im Tunnel. Es muss für die Zuschauer herrlich gewesen sein, Licht zu sehen. Ja, ich hab ne Licht an, ganz kurz. Ja, ja. Ich hab immer das Licht der anderen genutzt. Dann sieht man einen kurzen Lichtblitz und der andere ist tot. Du Ausnutzer. Aber, äh, die Atta, du musst erzählen, ja, ich hätt auch noch über 60 gehabt. Ich Traitor bin, muss ich sowas tun, oder? Ja, aber tun können, solltest du schon gelernt, oder was? Ja, ich hätte doch über 60, dass ich noch könnte. Ja, das kann doch zwar sein. Ja, das Problem war, ich konnte gerade nicht wirklich schieben, als ich unten in dem Tunnel war. Ich müsste eine Katze rausschmeißen. Wie springt er an die Tür hoch, ey, hallo? Oh, das war ne Katze. Ich hab ja gedacht, das war ein Hund, warum muss ich so klicken? Das war ne Katze. Aber das ist doch Gizmo. Gizmo, brauchst du das? Ach, hab ich schon rausgeschmissen. Das arme Tier. Ah, der arme Gizmo. Sag ich, Gizmo, wenn du das hörst, ich hab dich lieb. Ich kann's sagen, ich darf das. War das nicht bis jetzt zu 40 gerade? Ja, minimal jetzt. Sei schön blauhaft da unten. Ja, ich will auch gar nicht hoch, weil ich hab Höhen aus. Aber ich will hoch. Nee, ich hab Angst. Ich geh runter. Okay, da bleib ich halt hier, dann komm runter. Ey, Dennis, ach komm, bitte. Lass mich in Ruhe, Jatta. Warte, dann Dennis, nein, nicht, nein, Dennis, nicht. Na, Dennis, Dennis, oh, Dennis. Mach dich doch nur rieb, Gladick. Ich will doch nur ein bisschen näher an dich halt. Deck, irgendwelche Faxen und du hast einen Headshot. Ja, das war ja. Das war ja, von Granate. Leute, mal ganz kurz nicht auf mich schießen. Oder so, ich war jetzt auf dem Desktop, weil der Dings, der Ken auch immer am übelst laut ist. Total übersteuert. Irgendwie hat der, glaub ich, jetzt halt Probleme. Ich glaub nicht. Mal so, mal so. Ist was explodiert. So, ich bin wieder ab drin. Sorry, Leute. Ich bin sicher, mich findet der Traitor nicht. Du bist der Traitor. Ja. Du bist der Traitor. Äh, nein. Äh, das brauchst du mir denken. Ich war gerade erst. Ja. Spotti war der erste, der erste Station heute. Ja, der hier, der Ballert jetzt. Ja, das war immer, der war, der, der war. Ich bin gestorben. Oh, ich hab mich geschossen. Aua, nein. Du leckst ein bisschen. Aua. War ein Porn-O-Ton-Lot aus. Dexter gekillt. Ah, gut. Weil der war angeschossen, deswegen. Der war nicht angeschossen. Der ist vor allem meine Insti gerannt. Ja, der war auf jeden Fall was gelbes. Scheiße, okay. Das war jetzt kein Grund genug eigentlich. Random Killer. Ja, der war auch gelb, weißt du? Das hat mich so stutzig gemacht. Und vor allem, der hat auch mich gezielt, glaub ich. So, wie der auch sah. Was meint die Leute, die machen die Verlangen weg? Ja, sein Leben. Sein Leben war gelb. Ach so. Ich hab die Tür wieder aufgemacht, damit du dahinter versteckt bist. Trau dir nicht, Atta. Ich bin Indocent. T-N-E-C-O-N-N-I, rückwärts gelesen. Bitte was? Wer ist denn ein Bad Boy? Nein, Indocent heißt das. Das heißt nicht Bad Boy. Nee, Bad Boy ist ein Detective. Sorry, das war ich. Bei dem bleib ich. Nee, du gehst weg von mir. Oh. Aber einer von den beiden da hinten ist nicht Inno. Ja, einer ist es von uns. Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Ja, ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Ich hab auch noch am Leben. Ich hab noch gemütlich gewusst, wie es mir da ist. Ich hab schon gezeigt, dass es kein Tretchen gibt. Ich bin gespannt, Eddie. Ja, ich dachte, du hast mich nicht gesehen deswegen. Du bist auch sechs Sekunden vor mir gelaufen. Du bist richtig lange vor ihm gelaufen. Ja, und dann hast du die Leiche aufgehoben. Das hab selbst ich gesehen. Du hast da hingelegt. Dann hast du dich da reingekrümelt. Ich hab dich beobachtet. Und dann hab ich den Headshot gegeben. Das war jetzt deine Lebensgeschichte. Kurz, aber oho. Ja, so schaut's aus. Leichentransport. Mord. Und tot. Nee, da geh ich nicht rein. Jedes Mal, wenn ich reingehe, kommt einer von hinten und penetriert. Ah, jetzt geht's wieder los. Wer hat denn die Tür jetzt so gemacht? Ich hab's noch aufgemacht. Nee, geh weg, Bladdick. Geh raus, Black. Was? Raus. Bladdick ist Traitor. Was? Ach, der verbreitet hier Lügen ohne Grund. Das ist meine Vermutung. Ja, ja, dann sag ich vermute es. Aber sag nicht, ich bin es, als hätte ich auf dich geschossen. Nee, das hab ich gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Will jemand, die im 16? Ich hab nur gesagt, Black raus. Oh Gott. Bei Black fühle ich mich auch gar nicht angesprochen. Ja. Ah, okay. War auch keine. Wer war das, wenn der jetzt geredet hat? Ich komm so verstanden. Alle aus dem Haus raus. Das ist das Lichtraucherhaus hier, das eine Smokegranate. Wow. Wer war das? Oh. Ja, auch jemand. Nicht toll. Ja. Du Traitor können rauchen. Das war's. Auch defektiv. Ähm, Bladdick. 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 Was hab ich denn gesagt? So. Warte, 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 warte. Bad Boy, I'll fish. Ich glaub nicht. Deck mich. Na, guck. Okay. Black, wo willst du eigentlich wieder hin? Ich suche gerade einen anderen Knarrraum. Dem schreit kann man nix anfangen. Na, komm mit. Komm mit zurück. Hast du mich hierhin, Dieter? In der Küche. Nö. Äh, Diegel. Oh. Ja, Diegel hab ich ja. Ich meine Hauptwaffe. Ich hab aber auf dem Wetter nur Diegels. Ich hab hier auch die ganze Zeit bisher immer nur, äh, Dings gehabt. Immer nur Diegel. Nichts am... Nach dem... Nach... Müsst die Tür noch zu machen. Hier. Ich rauchte immer noch. Rauchen unsere Coils auf der rauchenden Farm, oder wie? Oh, Dennis. Hast du dir ein Headshot verdient? Das kann nur noch. Entweder Black. Wieso? Auf wem schießt du? Hast du gerade geschossen? Ha. Jetzt hab ich dich. Wolltest du gerade auf mich zielen? Geh weg. Ich schieße nicht auf dich. Du bist doch Dings. Ich will sehr, ich auf dich schieße. Ich will keine Karma-Punkte verlieren. Sagt er und war Traitor. Ken, du bist mir zu auffällig. Ja, ich hab einen Traitor weggemacht. Ja, das ist kein Grund. Ach so. Ach so, ist das alles klar. Wenn der Traitor killt, ist er innocent, oder wie? Ja. Wenn der Traitor ein innocent killt ist, hat er Traitor. Hm, vielleicht? Vielleicht. Wer weiß. Es ist entweder Black. Komm, sag das. Oder Ken. Oder Ken. Oder Atta, kann es auch noch sein. Ja, sehr klar. Du kannst es auch sein. Ein Traitor ist tot und einer von den... Ich weiß nicht, ob er absolut ist. Ich sag nicht bloß, wo Atta schon die ganze Zeit ist. Okay, Ken kann es nicht sein. Wenn ich ehrlich bin. Ah. Warum? Was gerade er? Das wäre dumm gewesen. Das wäre echt sehr dumm gewesen. Das wäre zu auffällig. Sag mal so. Hat er das ganz Sinn? Was machst du denn so abseits? Ja, soll ich mich für den ganzen Tag machen? Ja, natürlich. Sollst du das? Eigentlich wird er schon mal tot. Ja, natürlich. Da kannst du dich beruhigen. Nein. Ja, natürlich. Ich will auch Karma-Punkte zu verlieren. Willst? Na komm auf mich weg. Du willst doch. Du willst das. Nein, nein. Ich mach dich nicht weg. Oh, guck mal einer zu. Entweder das ist Black oder Atta. Einer von beiden. Das ist dann eigentlich nicht Bad Boy. Weil warum soll der... 50, 50 Cent. Ja, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich nicht. Ich könnte schon 10 Mal umbringen können. Das ist schon verdächtig. Der Rest ist hier in meiner Gruppe. Ja, da haben wir hier. Wir hätten gerade geschossen von euch. Ich? Guck mal, Ken ist so Bad Boy. Das muss noch sein. Wir fehlten jetzt von euch. Ich hab eine M16. Wenn du schießt, macht das ein anderes Geräusch. Black ist ganz hinten. Ah, die hast du von mir, wa? Von dem Traitor. Wer schießt denn hier? Ja, Ken. Ich schießt dann auf die Wand. Ja, ja. War da immer drin? Weil du kannst mich nicht ins Glas schießen. Nein, ne. Ich knall jetzt so, nur weil er gegen die Wand schießt, knall ich ihn nicht ab. Komm, mach mich weg. Du willst es doch. Ich schießt meine Kanate. Was? Zieh ihn nicht auf mich. Waaah! Fahre, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Das ist noch eine Smoke. Ja, ja. Ich hab, äh... Wir sind sieben und ich in Lunge, oder? Ich hab kein Block auf Rauchvergiftung. Ach klar. Immer eine tiefe Dröhnung. Incendary. Ich bin nicht drauf auf, man wisst ja doch. Incendary, incendary. Oh, oh. Ken, wieso schmeißt du Granaten? Schmeiß die doch aus. Dass die Kanate voll knüpft. Weil das Kan. Detective verteilt jetzt Verbot für die Granaten. Oh, ich hab noch eine Inci. Soll ich sie auch mal wegschmeißen, oder? Nein. Weil ein Ordnung in die Zeit ist. Das Garten ist an fire. Das war sehr schlau von mir. Oh, bett. Schau mal. Ah, hey, das ist Wasser. Warum krieg ich denn manchmal nicht im Brunnen? Das war sehr schlau von mir durchs Feuer zu rennen. Egal, wo ich sagen glaube ich. Du kannst hartn. Hallo. Reicht dir die Diegel nicht? Ja. Ja. Ich weiß nicht immer weg. Was sagen wir ist es? Ist es Ato oder Black? Nein, Black. Sollen wir gleich rausfinden? Ken. Ich glaube dabei ist es Ken. Weck knallt den ab. Du? Ja, dann mach mich halt weg. Nee, nee. Los, mach mich weg. Was? Ich bin Traitor, mach mich weg. Komm, ich bin Traitor, mach mich weg. Nein, nein. Ich bin Traitor, mach mich weg. Los. Ja, er ist es. Wenn das schon so redet, dann ist das. Komm, mach mich weg. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor, mach mich weg. Das ist entweder Black oder Ato, hab ich gesagt. Boah, völlig schlechte Aim. Ich wollte gerade Bad Boy wegmachen. Scheiße, ich stehst dann eben. Komm, mach mich weg. Ich bin Traitor. Ja. Ja, ja, warum? Weil ich studiert euch einfach und gut ist. Denn wir werden uns dafür nicht kämpfen. Atta, ich bin Traitor, komm, mach mich weg. Das sagt das schon alles. Das sagt das schon alles, oder? Der Gewinner ist auch dagegen nicht kämpfen. Das heißt, das soll keiner von uns sein. Das ist der. Der ist der Traitor. Komm, Atta, mach mich weg. Bis. So, wir machen das folgendermaßen. Bis. 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 Da ist jemand gestorben, glaube ich. War das eine Bombe? Ich glaube, da ist jemand... Alter, was... Ah, ich hab... ähm... Ähm? Moment. Ähm, ich hab ein HP. Na, das ist schön. Und im Keller war jemand, der mich abgeschissen hat. Aha. Okay. Ich hab Angst. Atta kommt gerade aus dem Keller hoch. Dann ist es Atta. Ah. Wo ist er denn? Oh, Buttboy. Ich will nicht sterben. Sorry. Äh, bladig, mein Freund. Ich hab extra einen Crowbar rausgeholt. Ich glaub ich auch, Lieb. Ich war's nicht. Ich hab dich auch lieb. Ich sterbe gleich durch Yatta. Und Beneno. Ich hab dich auch lieb. Komm her. Komm Kuscheln. Das macht's nicht besser. Ja. Durchaus. Hat jemand eine Healing Station für mich? Ein HP. Ja. Bladig ist auch noch da. Ja. Du bist auch der Traitor. Ja. Ich bin kein Traitor. Ich bin Traitor, mach mich weg. Oh, Traitor, mach mich weg. Nein. Ich mach euch nicht weg. Hey, hinter euch. Ich bin Traitor, mach mich weg. Hier steht ein Hatterboom über einer Leiche. Traitor. Ja, inspeziert würde ich mal sagen, ne? Oh, eine Traitor-Leiche. Ja. Sind die Credits noch in der Traitor-Leiche? Beziehungsweise das er hatte, der überhaupt überhaupt war. Wie ist das? Kann man als Intro doch nicht sehen. Was? War das noch nie? Ich dachte, würde er sich verraten, was er Traitor ist. Ich bin Traitor. Ich bin so sehr auf die Pelle. Ich bin Traitor. Ich muss auf die Pelle rücken. 3. 1. Glaube ich nicht. Oh, lol. Tut mir leid. Ich hab dir eh nur einen HP. Ah, ich bin rausgetappt. Ich bin rausgetappt. Ich bin rausgetappt. Ich hab fünf knurrten da an da und so. Das ist eine Katze, gibts noch zu. Oh, hi, Badboy. Badboy lebt wieder. Die Badboy lebt wieder. Die Badboy lebt wieder. Ich bin extra versteckt. Hallo? Black Soul ist im Tunnel. Oder im Keller. Ist es später, oder wie? Ich vermute es. Der macht dir so ganz seltsame... Ah, ja, ja. Warte, schieß mal ganz kurz. Auf ne Blume. Auf ne Pflanze meine ich, weil die mich gerade angegriffen hat. Das ist die Todesblume. Die Pflanze. Klickschnack. Peter ist da. Ihr wisst, was ich meine. Nein. Erklär dich. Ja. Sie hat mich hier festgehakt. Schluss. War das gleichfressende Atta-Pflanze. Ja, Anti-Atta-Pflanze, oder wie? Haben wir Leiche entdeckt hier? Ach, ich bin ja weg. Hier mal. Ja, wurde schon infiziert. Äh, eher inspiziert. Infiziert. Ja. Infiziert vielleicht auch. Naja, wir sind jetzt hier bei TBD. Nicht? Nein, nein. Ach, ich bin ja weg. Na, ich bin da. Ach, ich bin ja weg. Ach, Ach, ich bin da. Ach, ich bin da. Der macht im Tunnel die Tür hinter sich zu. Das macht kein Inno. Der hat der Verfolgungsansatz. Der Defi ist wenigstens ausgeschaltet. Wie, der Defi ist ausgeschaltet? Wurff. Wurde schon einmal vom Traitor benutzt. Bad Boy war ja wiederbelebt worden. Achso, und du hast ihn direkt wieder erledigt, oder was? Ja, klar. Äh, ja, klar. Da kann er ja nicht noch einen extra Punkt werden. Da kennt er nix, der Junge. Da kennt er nix. Ah, Böses Black Soul. Ah, Leichen sammeln. Reinigungsservice. Wir erschaffen ihre Leichen aus ihrem Haus. Aus dem Keller? Da, 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 da. Alter, Traitor kann, glaube ich, wir müssen mal echt anfangen. Ja, ja, dann leg los, Alter. Ich bin kein Traitor. Aber das ist so typisches Black Ding, da lässt sich immer so viel Zeit. Ne, ich bin ja nicht. Ja, dann verkackt er doch wieder. Ich hätte gerne die Traitor-Funktion, dass ich die Leichen irgendwo aufhängen kann. Stimmt. Du als Detective. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben auch was gemacht, was alle machen können. Das ist richtig genial, das macht Spaß. Ja. Der Dedek ist bestimmt der Traitor. Ja. Ja. Das macht, äh, Sinn. Ja. Ja, weißt du, der 2 Dedede. Du, der, der Traitor tarnt sich die ganze Zeit selten. Ja, hat er. Ja. Achso. Du bist doch Fälter, du hast aber Rüchter und anfangen zu schießen, Luke. Nein, du hast zuerst geschossen. Oh. Sorry. Ich war's aber nicht. Ja, musste sein. Lali, du bist Traitor, ich bin Geno. Ja, Lali. Traitor. Glaube ich. Ja, bin ich mir auch sicher. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er ihn wieder rum kennt. Naja, er hat sowieso verloren. Ach, jetzt halt mal gleich. Ich war's. Ach so. Ich hab, ich hab noch, äh, den Deadwinger gehabt. Ah, schon wieder. Ich schreit noch im Dead-Channel, äh, und will dich noch, äh, als Random-Killer hier. Äh, dieses Ding, wo? Ja. Ja.